Schönen guten Tag YouTube, willkommen zu einer neuen Folge Zeigt mir eure Rigs. Wir haben in den letzten Monaten, beziehungsweise seit den letzten Folgen, doch sehr viel neues Material gekriegt. Letzte Folge war am 25.07.24 und es sind jetzt zwei Monate vergangen und ich hab, muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte beim besten Willen mir erdenken oder ausdenken können, dass wir in einem Jahr, in dem wir das jetzt hier machen, so viele Rigs finden und da auch immer Upgrade-Stufen drin sind und das irgendwie von Folge zu Folge immer wahnsinniger wird. Deswegen bin ich euch sehr dankbar, dass ihr das bei uns immer ins Discord haut und da zeigt mir eure Rigs. Und wir starten heute auch gleich rein mit Christian Prinz. Christian Prinz ist nicht schwarze Aluprofile Mensch, er hat Silberne. Wir gucken uns das ja hier immer alles nicht an, damit wir das rausfinden können. Oh, Christian hat sehr kompakt gebaut. Ich finde das übrigens immer bemerkenswert, ich finde das jedes Mal bemerkenswert, in was für schönen Wohnungen die Leute leben. Und die Nordschleife muss natürlich auch mit an der Wandranne sein. Aber Christian, wie sieht's denn aus hier mit Deckel? Wollen wir nicht mal Deckel raufmachen? Ich kann nämlich schon den inneren Stuhlsen hören, der ist ja immer tilt. Ich hab das früher auch mal gemacht, Christian. Und dann hat Stuhlsen so lange mit mir gemerkt, dass ich irgendwann die Deckel draufgemacht. Stimmt nicht? Stuhlsen hat die Deckel draufgemacht. Stuhlsen hat die Deckel draufgemacht. Nee, Stuhlsen selber. Und dann seitdem mach ich auch immer Deckel drauf. Was hast du denn hier? Ui, das sieht so schön kompakt und ordentlich aus. Ich könnte fast meinen Arsch drauf verwetten. Christian hat sich das Video angeguckt von Tim Heinemann und mir und hat das jetzt umgebaut. Oh, das find ich hier mega geil. Das muss ich auch irgendwann nochmal machen. Oh, weil da kann man so schön die Buttonbox ranbauen an dem schrägen Profil. Oh Mann, schon wieder eine Idee gefunden. Okay, da fährt jemand Hypercars und das ist Le Mans Ultimate. Ja, das sieht echt schön aus. Oh, Christian hat ein Doggo. Christian ist ein Doggo-Mensch. Doggo-Menschen sind ja immer sympathisch. Ui, was ist denn das? Buttkicker? Ich würde sagen, das sind Buttkicker, ne? Pedale. Was sind das für Pedale? Könnten los sein? Irgendwie. Nee, das sind keine los. Das müsste ich wirklich nachgucken, was das für Pedale sind. Gelbe Feder? Doch, das könnte nur... Heusingwelt sind das. Heusingwelt-Sprint? Ui, die sind aber gut modifiziert. Das hätte ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht erkannt. Doch, doch, die sind gut modifiziert. Schön, aber es ist wirklich ein sehr schönes, aufgeräumtes Rick von Christian. Stimmt, das könnte ein Verstärker sein, aber da ist die Frage, ob das für Buttkicker ist oder einfach nur für das Soundsystem, was hier steht. Aber es ist auf jeden Fall ein Verstärker, ja. Jens. Was hat Jens denn? Hier mal, mein Krams. Ach, Jens nennt das Krams. Okay. Der Bildschirm... Ach, das ist ja interessant. Der Bildschirm ist nach hinten geklappt. Okay. Mosa-R12-Bundle. Alright. Was ist denn das hier eigentlich? Zum Laden und eine Uhr, wa? Ja. Das ist eine Ladestation fürs Handy. Krass. Ach, das ist hier schon so ein neues Simlab-Ding, ne? Mit diesen schrägen... Ja, ja. Mit den schrägen Füßen. Aber das sieht schön aus, Jens. Zeig, wie es ist. Auch eine schöne Tastatur hast du. Die gefällt mir. Ja, richtig gut. Aber das ist halt... Mich stört das ja immer, weil hier die F-Tasten und so fehlen, ne? Muss man sich wirklich dran gewöhnen. Oh. Azitec. Invicta-Pedale. Das ist ja auch eine wilde Kombination. Okay, schön. Aber hier drauf bin ich schon wieder neidisch, ne? Oh, Mann. Ich möchte unbedingt endlich mal endlich ein neues Rick haben. Aber da müsste... Also, falls Jens das hier... Ah, nee. Jetzt ist der Monitor richtig. Okay. Vorher war der einfach, äh... Also, zumindest sah es so aus, als wenn es umgeklappt ist. Aber schönes Rick. Ah. Ja. Da wurde auch getrickst. Oh, man sieht auf jeden Fall, hier wurde noch nicht viel gebaut an dem Ring. Da sind noch keine Gebrauchsspuren dran. Und vor allen Dingen auch keine extra Lutensteine drin, wie bei anderen. Schöne Ecke hier. Finde ich schön, Jens. Oh, aber auch schöner alter Holzboden drinne hier. Hm? Schmackofatz? Ne, doch. Das ist, äh... Schnieke, Jens. Was haben wir denn hier? Angels. Angels? Ne, Angels ist das. Ich war kurz, im Moment dachte ich mir so, hä? Warte mal kurz. Irgendwas fehlt hier doch. Aber der Controller ist es, Chat. Das ist... Der Controller ist es. Hier wird Controller gefahren bei Angels. Äh... Ich wurde fast hinter... Ich wollte gerade sagen, warum posten wir jetzt unsere Schreibtische hier mit rein? Aber Angels fährt mit dem Controller. Okay. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Ey, das stimmt, Angels. So haben wir irgendwann alle mal angefangen. Hüpfen wir mal zu Rectis. Was hat ein Rectis? Rectis ist Gartenstuhl. Oh. Schön zusammen gedengelt. Oh. Rectis hat umgebaut, so wie es aussieht, wa? Ja, Rectis hat gewechselt im Laufenden sein. Von einem Gartenstuhl zu einem etwas stabileren Gartenstuhl. Ein Rectis fährt auf der Playstation. Wahrscheinlich würde ich mal sagen, aus örtlichen Gründen, ich würde sagen, hier ist Rectis fährt auf der Konsole. Ne, hier ist auch PC. Achso, Rectis hat zwei, aus örtlichen Gründen. Warte mal, baust du denn jedes Mal das um, oder hast du das zweimal? Oh, okay. Interessant. Aber wäre es nicht einfacher, die Playstation einfach mitzunehmen und da hinzustellen? Oh, obwohl, vielleicht ist ja irgendwie eine zwischenmenschliche Beziehung, dass man quasi pendelt zwischen zwei. Das kann natürlich auch sein. Muss ja nicht dieselbe Bude sein. Ah, ja, ja, ja. Sascha, meine Reise hat vor acht Monaten begonnen. Vor acht Monaten. Acht Monaten in Bildern. Das ist Gran Turismo. Yes, das ist Gran Turismo. Okay. Fancy Pancy im Gartenstuhl. Siehst du, wo ich gerade an Gartenstuhl denke? Ich habe Thinking lange nicht gelesen. Ah, das wurde dann irgendwann nochmal umgestellt. Okay, da wurde sich was Stabileres besorgt. Was doch sehr Stabileres. Das sieht aus wie Moser R12 Bundle. Oh, sogar noch mit Decke über den Sitz, wegen Schweiß wahrscheinlich. Okay, die acht Monate, da wurde aber einiges. In den acht Monaten, ja, alles klar. In den acht Monaten wurde einiges gemacht. Okay bei dir. Was kommt denn jetzt noch an der Evolution? Oh, alles klar. Okay. Gut, Sascha hat auf jeden Fall eine sehr große Evolutionsstufe hingelegt. Sascha hat alles gegeben, würde ich sagen. Also wenn man mal überlegt, das sind acht Monate von hier bis hier. Alrighty then. Also das waren drei Rigs, drei Wheelbases, drei Wheels und drei Paar Pedalen in acht Monaten. Alles klar. Sascha hat, glaube ich, seine Freude gefunden an dem Hobby. Sascha hat seine Freude gefunden. Yup. Christian, was hat denn Christian hier so? Es wird aber von Monat zu Monat besser. Es wird von Monat zu Monat besser. Oh, schönes hier German Sim Engineering Rick. Ich bin gespannt, wann bei dir der Punkt eintrifft, wo du das feststellst, dass das von... Oh, das ist das Einzige. Das Rick ist echt gut, ne? Muss man sagen. Aber es hat irgendwie nicht so Einheitsmaße und das ist manchmal ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Das Rick an sich ist gut. Oh, hier hat sich jemand die... Oh, das ist doch von LFM die Dings hier, ne? Also das ist nicht Precision Sim Engineering, ne? Ah, das ist ein... Oh, das ist quasi in einem Zimmer hingestellt, nehme ich an, wa? Ja. Das gute alte BMW Wheel. Oh, schön mit der Halterung dran. Nice. Was sind denn das für Pedale? Das kann ich jetzt gerade gar nicht zuordnen. Das sind die Pedale von Another Way? Ich glaube fast, ne? Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, das ist hier ja sehr gefährlich mit den ganzen Rillen. Uh. Da gehe ich fast davon aus, dass das ein Schuhfahrer ist. Aber du, ganz ehrlich, Christian, das erfüllt seinen Zweck. Das erfüllt seinen Zweck. Ich finde es gut. Scarlet's Race. Sind wir hier bei einem Pärchen? Oder hat das hier den Verwendungszweck eins für Konsole, eins nicht? Hier hängt auf jeden Fall ne VHS-Wheelbase rein, mit ein Simo-Q-Quick-Release und nem Fanatec-Wheel. Wilde Kombination. Oh, hier ist der Conspid-Hub. Schön. Alright. Gucken wir mal weiter. Steht das hier zum Beispiel? Ich zeig euch mal, äh, wo ich und mein Mann... Ah, okay. Siehste? Klar. Es sind, äh, ist ein Pärchen. Okay. Gucken wir mal weiter. Ui, das ist ja ne wilde Ecke. Das sieht ziemlich, äh, eng aus. Okay. Ah, warte mal kurz. Das Bett wurde angehoben. Hier steht, glaube ich, auch noch ein Bett. Oh, das ist ja interessant. Oh, da hat sich aber jemand sehr viel Mühe gemacht, das, äh, umzusetzen, dass das da reinpasst. Und dann sagen die Leute immer, ich hab keinen Platz. Jetzt warte mal THLF. Wow, 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 wow. THLF. Oh, ist das nicht sogar Scarlet, Scarlet, Scarlet? Die Gründerin von THLF? Die hieß doch auch Scarlet. Sind das die beiden? Also, sie? Ja. Oh, jetzt hat man dazu mal ein Bild. Okay, interessant. Streetclown. Zuschauer von, äh, YouTube. Oh, das ist ja auch interessant. Mit der Pedale hier, okay. Oh, hier schön noch mit einem extra Monitor. Jetzt überlegt mal, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn wir uns so andere Setups angucken, wo 80 Bildschirme hängen und viele Goodies und dann siehst du das hier. Dann siehst du das hier und dann ist das so, ja, so hab ich auch mal angefangen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, wow, jetzt hab ich ja den krassesten Scheiß EOS. Und das ist mega geil. Also, auch das hier, ne, auch wenn das super, super, ich sag mal, das ist ja schon ein bisschen mehr als simpel, richtig geil. Ich feier das richtig hier. Streetclown, das fühl ich richtig schön, in Anführungsstrichen, simpel und schnieke. Gogo. Was haben wir denn bei Gogo? Gogo hat Stahl. Das sieht nach Konsole aus. Das ist Konsole, ja. Das ist auf jeden Fall Konsole, ja. Solche Rigs sehe ich in letzter Zeit wieder häufiger. Also, die Stahl-Dinger. Ich glaube, wenn du nicht wirklich ein sehr großes Vorhaben hast mit Upgrades, ist das, glaube ich, eine gute Lösung. Ich weiß nur gerade nicht, was die Dinger so kosten. Was der Costa-Quanta ist. Das ist auch ein schönes Rigs. Gogo. Chris Kiwi. Kiebinger. Oh, hier, die Evolution ist ja hier vorhanden. Oh, da hat aber eine... Oh, hier ist sogar der Teppich zugeschnitten. So wie das aussieht. Nice. Das ist auch eine sehr schöne Evolution hier. Schön vom Gartenstuhl angefangen, kleines Rigs gebaut, mittelgroß und dann in riesig. Geil. Das ist auch schön geworden, Kiwi. Reguivara. Ah, ja. Da hat jemand seinen... Alter, wie du... Wie wahrscheinlich der Sitz mehr kostet, Alter, als die Wheelbase und die Pedale zusammen, Junge. Wie wahrscheinlich der Sitz mehr kostet als die beiden Sachen zusammen. Krass. Aber es ist super schön. Also halt auch A, Platz sparen und B, die Schräge benutzt. Tatsächlich war der teurer. Ja, der sieht auch teurer aus. Der Sitz, der kostet wahrscheinlich mehr als die beiden Sachen zusammen. Aber es ist ein schönes Rig. Oh, hier ist auch noch VR. Also es ist für eine Dachschräge... Für eine Dachschräge super gut ausgenutzt, finde ich. Das finde ich echt... Das finde ich wirklich schnieke. Oh, hier ist das... Ist das ein Terrarium? Sieht so aus, ne? So ein bisschen. Oder ist das... Ne, das ist der Computer. Das ist, glaube ich, der Computer. HWR. Zölligen ist immer da. Zollstock ist da. Nicknack. Was haben wir denn? Nicknack. Nicknack im Night Mode. Also von der Körpergröße, würde ich sagen, ist Nicknack ein bisschen kleiner. Das sieht alles sehr nah beieinander aus. Aber auch schön auf Rollen gesetzt, das Ding. Oh, hier ist ja wirklich alles dran. Ach, krass. Dann kann man das wahrscheinlich durch die Bude schieben. Uh, da war jemand smart. Da war jemand smart. Oh, guck mal. Keine Kabel auf dem Boden. Gar nichts. Das ist richtig aufgeräumt. Nicknack. Sehr schöne, gute Arbeit. Sag ich, wie es ist? Das sieht richtig schön aus. Thomas Jansch. Thomas, was haben wir denn hier? Lieben Gruß, Thomas. Grüß dich da erstmal, Thomas. Dankeschön, dass du das hier mit reingehauen hast. Vor drei Jahren circa mit dem G920 und dem Sessel von Opa. Ah ja, so hat also alles angefangen bei Thomas. Ah ja. Aber das ist, also, das ist so ein richtiger Arbeitstisch. Ich hätte jetzt gesagt, weißt du, das ist so, das ist so 90er, also nicht 90er, sondern so 2017, 18. Guck hier hinten hin. Alle Gönnergy-Dosen stehen da. Hier hat auf jeden Fall jemand Spaß gehabt. Sitzst du immer noch am Schreibtisch, sieht's ja aus, ne? Sim Magic-Pedale. Oh, komplett gewechselt jetzt auf Sim Magic. Alrighty. Aha! Da wurde geupgradet auf ein Rick. Alrighty then. Oh, da ist noch der alte Stuff. Ey, Magad, das sind einfach Erinnerungen hier, ne? Wenn ich das Sofa sehe, das sind einfach absolute Erinnerungen. Das sind absolute Erinnerungen. Schön alles noch aufgeräumt und die Kisten noch hingestellt. Nice. Also, ich würde sagen, da hat jemand, also, ich meine, die Evolutionsstufe von hier nach hier, das ist schon ein riesiger Unterschied. Also, an der Stelle, Thomas, absolutes Chaos zu, wir haben das mal schnieke gemacht. Fantastico. Richtig schnieke. Was kommt denn hier? Vor einem halben Jahr schon deutlich bessere Hardware. Und, äh, wir haben vor einem Jahr lang gehalten. Pensioneo. Pensioneo. PS. Mit dem Bild von Bild 2 bin ich meine 24 Stunden Schleife Solo gefahren. Ah. Oh. Okay, Biber. Äh. Okay. Also, ich würde fast behaupten, Biber ist noch nicht fertig. Aber wie? Wow. Das sieht so, das sieht nach Keller aus, oder? Das sieht so ein bisschen nach Keller aus. Kellerraum. Aber super schön. Alles aufgeräumt. Alles schnieke. Oh, was ist denn das hier? Oh, hier sind aber viele Goodies und Gadgets schon dran, ne? Biber. Das ist wirklich ein schöner Raum, Biber. Das ist wirklich ein schöner Raum, Biber. Kann man sagen, was man will? Das ist einfach wirklich ein schöner Raum. Muss jetzt nicht jedem gefallen mit dem ganzen RGB und so, aber ich sag's mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob das dein Kinderzimmer ist oder dein Erwachsenen-Spielraum, was auch immer. Sehr schöner Raum. Der sieht wirklich, der sieht wirklich toll aus. Rick. Äh. Simmagic Hydraulik-Pedale. Nein, Simmagic. Hast du die Motoren, Biber? Hm. Äh. Ach so, hier gibt's noch eine Leinwand. Ah ja, siehste, da hängt sie ja. Ach, Biber. So, Björn ist, würde ich sagen, der letzte für diese Folge. Und dann, äh. Was hat denn Björn hier? Björn fährt auch Simmagic Hydraulik-Pedale. Alrighty then. Und er fährt einen Next-Level-Racing-Rick. Ui. Ui. Oh. Oh ja. Björn hat, äh, das komplette Ekosystem von, äh, Moser. Schön. Das hab ich auch noch nie so komplett im Einsatz gesehen. Aber auch schon Triple-Screen. Schönes Ding. Flex auch da. Zweimal die Gänge. Cool. Interessant. Der Sitz sieht auch ziemlich bullig aus. Das ist, äh, wirklich schön. Aber es ist krass, wie viel RGB überall so verbaut ist. Also, das ist wirklich sehr intens. Also, bei mir wird das immer weniger und bei anderen wird's immer mehr. Aber, das war die erste Folge von den Zuschauer-Ricks. Ausgabe September, die ihr wahrscheinlich im Oktober sehen werdet. Aber das ist, äh, September. Und, äh, wir schauen uns, äh, gleich noch, ähm, im nächsten Video ein paar mehr an. Und ich glaube, da kommen noch so 1, 2, 3, 4, 5 Banger, hab ich das Gefühl. Weil das einfach völlig crazy ist, was Leute da draußen bauen. Holt euch eure Inspirationen. Und viel Spaß beim Nachbauen. Und falls du dein, äh, Setup auch mal in das Discord reinhauen möchtest, findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Dann kommst du in den Channel, zeig mir eure Ricks und postet das da rein. Wir gucken uns das sehr gerne an. Bis zum nächsten Mal.